es ist 23 59 und 30 sekunden am dienstag den 26 dezember 2017 und wie ich hier in meinem kommentar geschrieben habe ist der teil am schluss jetzt gleich und ich nehme an es wird auch keine weiteren kommentare geben es sind 105 kommentaren in dem video und ich suche jetzt einen gewinner aus ich hatte es gedacht das mache ich per hand alle namen aufschreiben und so weiter das wäre allerdings zu viel aufwand gewesen vor allem auch weil viele noch mal mehrfach geschrieben haben aber ich bin ganz zufrieden mit den kommentaren hier zum beispiel eine richtige diskussion ja deswegen habe ich mir gedacht okay gibt es aber bestimmt einer der ein programm online gestellt hat wo man das raussuchen kann und das ist tatsächlich da hier kann man mich kommentare raussuchen habe ich schon eingegeben wenn sie jetzt sind 72 einzigartige leute also 72 leute haben teilgenommen an dem gewinnspiel und ich suche sie einfach ein gewinner aus jetzt 604 views 105 kommentare und das ist das video und ich suche jetzt einfach hier ein gewinner raus schauen wir mal was ist es ist es ist der christian engel der geschrieben hat frohe weihnachten alle ja christian engel herzlichen glückwunsch ich werde ich auf jeden fall jetzt kontaktieren über die kommentare und ich schreibe dir mal meine discord bei den discord namen dass du mich mal hätten kannst und dann kann man darüber reden herzlichen glückwunsch und danke an alle die bei dem gewinnspiel teilgenommen haben schade dass ihr nicht gewonnen habt aber es kann natürlich nur einer gewinnen hätte ich jetzt mehr geld könnte ich jetzt auch mehrere geschenk gutscheine raushauen aber das ist leider nicht so mit dem her danke an alle die jetzt mit daran teilgenommen haben und ich wünsche allen ja weihnachten ist jetzt vorbei einen guten rutsch ins neujahr 2018 und dann sehen wir uns dann wahrscheinlich 2018 wieder mit dem nächsten video zu star wars keksovius macht's gut